meine sprachkenntnisse sind jetzt nicht so gut aber das klang jetzt nicht so mega interessant das rennt da weg weißt du wer die person gerade ist die da hergerannt er hat sicherheitsdienst sie am besten zum casino und die wollen eine bombe platz lassen im casino ich gebe es weiter niemand soll dahin leute wir bilden ein konvoi um die polizeiwagen ich will dass wir um salva rumfahren wo ist salva wo bist du er ist der streifenwagen außen heute streifenwagen bleiben an den streifenwagen f42 unterwegs hinter dir ist der sauer vor mir ich bin hinter dir für der lex gerade halten abstände einfach die straße nicht so weit zurück draußen gerade hart für holprig alles okay alles gut wir bleiben weiter dran so jetzt kommt noch mal action rein das hat der funkspruch jetzt gesagt irgendwas mit casino klar aber was genau die bombe ist im casino hieß es es war so klar dass es nicht hier passiert so einer wagen hat konvoi überholt eie diese lecks beim varen immer Einwand vorne an der Einfall platzieren. F42 habt die Garage zugeparkt. Dein Auto läuft noch. Geist Absicht, dass mein Wagen noch läuft. Geist Absicht. User left your channel. Mason lasst die Limousine noch raus und dann blockiert die Einfahrt. Mach die Einfahrt dicht. Einfahrt hier oder die vorne? Nein, richtig gemacht. Alles gut. Haltet die beiden Wagen so. Können Sie Ihren Polizeiwagen auf der anderen Seite parken? Danke. Jaroslav? Ja? Fahr deinen Wagen hier vor. Ich will wenigstens einen in Fahrbereitschaft. User left your channel. Der ist auch in Fahrbereitschaft. Ja stimmt. Ja stimmt. Du kannst auch fahren. Aber da hinten bringt uns das jetzt nichts. Das stimmt. wo fahrt ihr hin? Sollen wir hier bleiben sollen wir mitkommen was? Aber du kannst nicht alleine fahren, Salva. Sie durch wenn was ist wir halten hierzu wo will er hin die vordere Ausfahrt dicht machen vom Casino die andere Seite der Ausfahrt vom Casino dicht machen wir regeln hier ab bis die zwei wieder da sind heißt also einmal quasi außenrum oder ja auf der anderen Seite vom Eingang wie Cheyenne wie Cheyenne User left your channel Jungs, wenn wir eine ruhige Minute haben, macht alles mit Hütchen dicht. Willst du den jetzt noch durchlassen oder soll er vorne rausfahren? User joined your channel. Gute Sache. Gute Sache. Gute Sache. Garoslav, ist bei dir alles dicht vorne? So weit dicht, ja. So, danke. Hier ist ein Wagen vorbeigekommen, schwarzer Jeep. So weit weg. Untertitelung des ZDF, 2020 User left your channel. User in your channel timed out. User joined your channel. User in my channel, Michelle. And I'll call you Giadano, what is up on the mission. Tschö. User joined your channel. SL für Funkofficer sind momentan im Gebäude und schauen ob da schon eine Bombe wirklich ist oder nicht. Wir kriegen an Meldung. F-17 bestätigt. F-42 bestätigt. F-22 bestätigt. User left her channel. Atmosphäre Bombe S11 für die F42 Mach mal ein Fahrcorridor frei Der Besitzer fährt ab F42 hat verstanden Es tut Durch wieder abriegeln Hab ich gesehen, jetzt haben wir vorbei gefahren Gut Beiden Kollegen sind glaube ich draußen, oder? Wie die kommt? F42 Sie können sich nicht wundern, Feuerwehr kommt rein Auf unserer Seite Ja 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 hier in der mitte stehen welche fahren wir da zusammen hin siehst du die beiden victor ich bin unterwegs ich habe kurz die andere einfahrt blockiert ich komme zu fuß die Machst du die Ausfahrt? Jetzt steht noch jemand im Wagen. In dem silbernen Wagen? Ja, direkt vor dir, genau der. In Ordnung, ich stelle mich an die Ausfahrt, bittest du ihn bitte den Wagen zu verlassen, also das Grundstück? Wir hätten die Nummer und Schilder aufschreiben sollen. Okay. 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 Der andere pümmelt immer noch auf der Straße rum, ne? Ja. Ich glaube, der gerade vorbeigefahren ist, was er sagt. Okay. 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 Alles gut. Ja, F42, alles. Ruhig. In Ordnung. Ja, wir räumen gerade noch den Parkplatz. Gibt's ja schon was Neues von der Front, sag ich mal. Mal paste. Nein. Vielen Dank. F42 hier, S11, wir packen ein, wir haben Entwarnung. F42 verstanden. Wir sammeln noch die Rütchen ein und dann geht's nach Hause. Wer hier überhaupt noch welche? Denen wir gleich. Lass du alle deine Hütchen? Ja, ich schau. Gut, dann geht's zurück zur Zentrale, alles abgeblasen. Jawohl. F42 macht Leitwagen. User left to the channel. Jawohl, also gerade die Navi eigentlich stehen. Wurde überhaupt raus? Lass du über den Parkplatz fahren oder rechts? F42, wir fahren über den Parkplatz raus. Okay, ich werde zwar rechts einfach durch, aber auch gut. F42 ist trotzdem Leitwagen. F17 verstanden. F17 macht Mitte. Dann mal los. Raus und rechts. Alle geschlossen. Wagen zusammenhalten. Wagen zusammenhalten. Wagen zusammenhalten. und links und wieder rechts das war knapp die auch mächtig zu sind ja keine taxis rechts abwärts ein bisschen schlecht wog hier dürfte noch wie und wieder links wer packt zuerst so wie wir fahren ok einfahrt frei einfahrt frei konvoi drin soll jetzt noch mal gemeinsam zum friedhof fahren wegen aufräumen und auto so die gaben noch mal get was machst du denn nichts sie will den parker hier ist der richtige war der falsche und auch nicht ich wollte gerade sagen ist doch ganz einfach ne ist es nicht ja gut dann lasst wir über nacht wohl stehen gerade wollte ich sagen ich habe das gefühl unsere autos wollen uns sagen macht doch noch mal ein ausflug also bei mir steht wer entfernt das auto macht dich sicher dass keine spieler in der ok ne doch nicht ja nice afwärts also mit jemand einen einen dann beim Vielen Dank.